Ja, hallo Freunde, hier ist Yamaha Heinz, ich wünsche euch schöne Weihnachten. Wo wir jetzt Weihnachten feiern und eigentlich auch wo glücklich sind mit der Lage, die wir haben, gibt es aber in der Welt Menschen, die sterben. Und deswegen möchte ich dieses Lied hier einfach spielen, damit ihr alle mal so ein bisschen in euch geht und darüber nachdenkt, dass jede Minute ein Mensch stirbt. Und ich finde es wirklich traurig und erschreckend. Und dass es so etwas überhaupt noch gibt, Krieg, Krieg ist noch nie eine Lösung gewesen. Ich möchte einfach, dass ihr das Lied hört und ich wünsche euch viel Spaß dabei. Euer Yamaha Heinz Musik 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 Musik